Der hat schon kräftig die Deutschen. Ja, kannst du auch aufpassen? Nee. Ja, die sind auch schon im Auto oder so. Ja, schicken wir. Hast du sicher, Handy dabei? Perfect. Ja, Handy, hast du sicher. Du? Ja, ich bin immer läuft halt oft. Oh, hör auf, ich will mir das schon erzählen, Papa. Nach dem Laufgenau, guck mal hier. Zwei Schichten, die sind so. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Die 2.6.8 ist Simon Henssler vom TSV Schotten 1. Und die 412 Matthias, Deutschen Post-Sportverein Trier. Dann geht es heiß her auf der Gegengerade. Drei starke Läufe von der Spitze. Schade. Ja, das ist echt traurig. Tschö. Ich bin ja mal weg. Ich bin ja mal weg. Tschö. So, da ist noch nichts entschieden. Mal gespründet, wir da. Die 268 Simon Henssler, TSV Schotten 1. Inoffiziell in 2 Minuten 0358.